Zeit, die ***! Du Junge, Junge! Ich kenne das ja, ich kenne das ja immer. Endspiel, ach nochmal ein Endspiel. Ich muss immer schon grinsen bei Endspielen. So viele Endspiele wie ich schon gespielt habe in meiner Karriere, die hat da aber keiner gespielt. Der hat Energie, der hat Bock da drauf. Andere hatten weniger Bock drauf. Am Samstag, 15.30 Uhr. Das ist unser Zuhause. Weder? Ach du Scheiße, ich te... Pornheld! Pornheld! Hallo? Hey! Ja! 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 Es ist nicht immer so einfach, wie es dann von außen interpretiert wird. Es geht nicht darum, dass ich ein Wir-Gefühl brauche, sondern dass diese Stadt, dieser Klub, dieser Verein, diese Menschen alle gemeinsam an einem Wir-Gefühl arbeiten. Genau! Ebener weiter! Ich schwör euch, wenn ihr kämpft, könnt ihr auch verlieren. Was ist immer passiert? Die Kante, der Kurs ist niemals über euch weiter! Ja, Männer! Ja! Ja! Grat!